Moin Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, heute bauen wir unser erstes richtiges Haus hier im Dorf auf der Adventure Man von SilverCraft und ich würde sagen, ihr habt es gerade schon ein bisschen gesehen, weil ich das Ganze schon gebaut habe, weil ich das Ganze hier im Nachhinein aufnehme, weil ich eben nicht dran gedacht habe, das aufzunehmen, super. Ähm, ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, da ist es, unser erstes richtiges Haus hier im Dorf und ja, ich muss gucken, dass ich das Ganze einmal ein bisschen anpasse hier, weil ich finde, das passt irgendwie so gar nicht hier rein, aber ich finde es eigentlich recht cool. Ich habe es ganz oft Pinturas gesehen und dachte mir, ey, das muss man nachbauen, das sieht einfach nur geil aus. Es ist zwar nicht perfekt nachgebaut, aber ja gut, ich habe ein bisschen was geändert, dass es nicht ganz so nachgebaut ist, wie es da war. Aber, ja gut, aber an sich passt es irgendwie nicht hier rein. Das habe ich bemerkt, als es fertig war, aber ja, wir können ja alles anpassen, ist ja Minecraft, also, ja gut, nicht so schlimm. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal und ciao Leute. So Leute, das war es jetzt hier vom Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ja, hier kommt ihr jetzt zum letzten Video und hier kommt ihr zu einem Video, was für euch abgestimmt ist. Hier unten könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr wollt und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Ciao.